nein das ist ein boden arschloch 3 uhr morgens habe ich back auf deinen arsch 3 uhr morgens machst du fortlein an nur um den tornado zu finden nicht runter weil lass mich runter dieses jahr noch ins geht hilfe wo ist neubirius da war der erste schüssel noch ja das ist schon mal weg weiß nicht wo der zweite ist brauchst du den versteckt so ein isis kämpfer schon wieder beschossen das ist noch da oben bist du ja erst auf mich schießen und dann abbauen wollen der nix da ich jag dich jetzt ja 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 ich habe einen schlüssel könnten in einen von den safes rein ach ne die truhen kann man öffnen ach ne die truhen kann man öffnen ah dafür gibt es noch ein Waffen hm weiß nicht Impulsgewehr oder das Evo Chrom Dienstbums Evo Chrom Evo Chrom hm das ist sicherzustellen ja dude ich komme schon zu dir und jag die mit meiner Schiotflinte in den Arsch ja hab ich doch gesagt was findest du besser, das Impuls oder das Evokrom? Evokrom? Es gibt ein Evokrom-Sturmgewehr? Das Salven-Sturmgewehr. Das hast du schon ein paar Mal benutzt. Ja, das andere Impuls jetzt. Dann guck ich das diese Runde aus. Seht ihr noch irgendwo nicht, Wokrom rumliegen? Ja, da stehen wir mal. Hm, Fischi! Ja, da sind wir mal. Ja, da sind wir mal. Ich schaue es ja, du schaue ich. Deine Gezrifte hier... Ich hab ein Dildo gefunden. Hier ein Dildo ist hier. Sind hier nicht auf der Erotikmesse, ja? Das Ranger-Roll. Ich hab dir eben Evo-Chrom markiert. Da hinten drin, aber Fischi. Ich bin schon durchgezogen. Ich brauchte noch Tiere, hätte ich jetzt Evo-Chrom. Das ist gut. Ich weiß nicht, was ich... Ich nehme mal die mit und da ist nur einer. Da hat sie es auf der Gezuweiter-Satzung. Lose Gorkenbrick. Hast du noch Minis? Warte, hast du noch Minis? Nö. Ich nehme erst mal die beiden oder nehme eine B. Die Alarm. Nö, nimm du. Ich habe sechs Bashes und sechs Slupfische. Ich verschmeiße dich zu Tode hier! Frist Medikits! Seppi, du willst die auch nicht schauen, oder? Was? Die Slipper sogar? Nö, ich habe schon alles aus Schock. Nö, nö. Nö, nö. Ich werde fliegen. Warte mal, dann tue ich die Pump dann weg. Medikits. Ja. Ja, boxt euch. Was? Boxen? Koffe, das ist weg, ja. Hör auf mich. Es ist verarscht. Tö. Hör auf mich. Ab mir das ist auf Kanone. Ent. Ein. Da ist man nicht Richtung Zone auf und nicht von der Zone weg. Ja, manche aber auch, deswegen... ...lopfen wir eigentlich. Ja, schießen wir schon. Ja, sie schießen auf mich, ich bin mal weg. Jetzt sind wir gegen die Gegner, wo wir in der Masse liegen. Spielt ihr in der Headset oder was? Der Arme. Nein. Macht uns das Willkroben, die sind die weg. Ab den anderen. Und mir ist noch einer. das kann nicht sein man da ist doch so schlecht da ist er nicht das gut schwanz aber fix sein ganzes team jetzt nur bildmodus schmack das ist nur noch der eine also aim hat er nicht so aber er ist noch da ich habe ihn verpasst Oh neun neun neunahlen nicht da Ja, okay. jetzt war die ganzen meister kaputt wo verpiss dich wolf nein ich habe es gerade in die zone Lass mich in die Zone Ich brauche ein Team Toto am besten Nein! Hör doch auf zu rutschen Was machst du Drecksspiel da? Meine Fresse, habe ich gar nicht geklickt auf die Kacke Leichte Aggressionsprobleme bei dem Spiel Nein Hör doch Ich hab keinen Schütter Hab ihn Joker Simon Naaa Unsnapper Naja müsste ich das auf Kanonen jetzt abgeben Machen wir das jetzt einfach Wo? Achso dahinter hat man an die irgendwo Der will auch Kroger Ah, der ist bei mir Wieder von nebenan Habt ihr alle? Ja Was? Ich glaube schon mal noch zwei Leute, wo sind die denn? Irgendwo neben denen Ja Ja, das hüpft Den einen hab ich Hat einer was zum heilen? Ja, komm her Die gehen gleich Ja Kannst du auch noch rum? Mh Das ist vielleicht nicht so ein bescheußer Mh Du hast ne Splash gekriegt oder sogar ne? Wenn du Fotos vielleicht kannst du in Spider-Handern damit oder alle drei Am besten Ja, die hab ich doch gerade abgegeben Ach nein Kanone Wie abgegeben? Ja, die liegt da in der Zone jetzt Oh nein Ja Ja, ist dahin Dahinten Von Lack noch mitnehmen Ich weiß, ob das noch irgendwo ist Ne, ist nicht Dann warte kurz Bleib hier Ah, nein Sechs Nein, nein, nein Ja Ja, der hat so gut wie gar kein Schild mehr Okay Soll ich reingehen ja, ne? Ja Kurz in die Insel Ja Hol ihn dir neue B Hab ihn Boah, schützt die Richtig, zählt das Luftschiff Wenn du da oben bist und ne Schleimwaffe kriegst Du kannst einfach ganz tiltet lahmlegen Ja, lass mal ein bisschen Glück haben, dass du zwei Titel hast Da hast du in die Tresur und dann hast du einfach alle den Titel Ich hab einfach den lautesten Gleiter im Leben Hey, ich hab mich zu fragen Und dieses Snowboard Was es letztes Jahr zu Weihnachten gab Es ist so scheiße laut, dass es läuft Okay Heavy Entschuldigung, war Absicht Oh Oh Ja, man kann ja Wie der Baum dabei haben Ja, man Ja, man Ja 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 Nein, die Schrauben. So, so, safe ist offen. Oh, nice. Hier eine goldene MP. Du sollst die goldene MP markieren. Hier eine Hammer. Gegner bei mir. Auf den Batsch, alles gut. Ja, die Waffe ist kaputt, die trifft nicht. Du kannst dich mal mal pissen, Junge. Ich will wieder durch. Gibt's ja wohl nicht. Ist das ein Horrorhaus da hinten? Ja, das soll ein Horrorhaus sein. Schießt du gerade auf mich, du Arsch, Alter? Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Cool, ein Horrorhaus. Na neubi. Jo. Da. Danke. ich finde ich deine Leatherface jetzt hast du gerade versucht mich zu schießen kacknub aus kacknubistahn was hast du denn für probleme mal kacken habt ihr da ist noch ein bisschen Ja, wieder in der Hammerwebel. Hey, wo ist mein Bro? Was da bist du? Schick mal so, wo ist der? Neu, wie ist er irgendwo hinten am Arsch der Welt am Fighten? Hab ein. Sieht nicht gut aus. Warum bist du mal so weit weg? Ich hab' dich gesehen und hab' direkt Lust bekommen. Hab' ich gestorben, das ist meine Schuld. Ich beeile mich schon. Der baut fast den halben Touch Mahal nach der Neubi schon wieder. Ich hab' Schleimwerfer, ich mach' den kaputt. Och, fuck. Er ist letterisch. Ja, klar. Gute Schein. Seine Mates kommen, glaub' ich. Na! Ah! Aufpassen, der ist noch da. Ich komme hier nicht vom Fleck. Der ist so schlecht im Sniper. Ehm. Irgendwie versuch' ich gerade zu dir zu dackeln, Bruder, aber... ...für nicht, das wird nicht zu lang. Wegen der Warnentier kann ich mich weiter bewegen. Die Zone. Boah, mit einer bin ich die Zone gekommen. Ich fasse es nicht. Kann nicht sein. Ich hatte auch noch ein paar Medien Modus oder eins Modus. Vielen Dank. Ja, ich hab' ein Jump Head, Bruder. Was am eh selten andern? Boah Alter, das ist laut. Geht nur bei mir rüber. Geht nur bei mir. Geht nur bei mir. Ah, das ist von einem. Ich bin nicht so kack. Ich war nicht im Arsch gewesen. Aber guck mal, wie weit die Zone weg ist. Oh du, kack nur aus, kack nur bist da. Oh du, kack nur bei mir rüber. Oh du, kack nur bei mir rüber. Oh du, kack. Oh du, kack nur bei mir rüber. Ich habe mir gerade ein Premier-Dienst gekauft. Du wirst gut. Oh du, kack doch. Oh du, kack. Oh du, kack nur bei mir rüber. Da ist dein Chauffeur, sag ich, komm! Ein Kacknobes, was Kacknobes getan! Fick dich! Was meinst du, es gibt das ja! Nope! Der Goldinteressor ohne mich schluben, was ein Hund! Der Goldinteressor ohne mich schluben! Oh, hier ist es wohl schon wieder! Fick dich, du! Kacknobes! Boah, boah, boah! Arschleife! Ich treibe dich von oben an! Er geht sich! Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Haben wir alle oder hast du dir noch einer? Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Bauer, schenk fest. Schenk fest. Schenk, schenk, schenk. Schenk. Da ist doch noch ein Gegner. Ich bin in der Zone. Oh, komm. Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Oh, nice. Ich bin in der Zone. Ich bin in das Zone. Ich bin in der Zone.